In diesem Video wird übrigens random irgendwo ein Video, die 10 Euro PSC eingeblendet, also der Code davon. Das Video angeschaut, alter der Typ, ne? Man muss ihm so eine Sache sagen und der schreit einen direkt an, so richtig mit so einer richtig komischen Stimme. Das Video angeschaut, alter der Typ. Ja, jemand, Junge. Digga, was soll ich da machen, wenn... Aber guck mal, jetzt eins. Wird ich eh spielchen, dann? Ja. Lass ihn drehen, drehen, drehen. Er kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Rot ist oben. Ich schreibe gleich 2 bis 3. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann meine Schieße ernst nehmen. Nein. Ist das ein Auto-Tags dafür? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe, du bist einfach One-Shot runtergeschossen oder sowas. Oh mein Gott. 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 Hä? Hä? Was ist denn da, das ist von Kompon? Nur ein Rattel. Da will ich noch. 2 Minuten kriegen. Lockdown? Ja. Mach auf den Bogen. Ja, ich hab da. Da haben wir noch einen Support da. Ich hab hier echt ausprobiert. Der hat so, ähm, hier haben wir noch keine. Wir haben beide, 0. Ich hab 3. Er hat 1. Nice! Aber wer hat das nicht mehr gegeben? Ich zieh nun auf der Seite. Komm mal. Ey, ihr pusht jetzt zu dritt drauf. Nein, der... Ich hab... Ich hab... Ich bin nicht da. Ihr pusht jetzt zu dritt drauf. Es sind wohl 2 vor euch. Ja, das ist völlig fast so creepy. Mach drauf, mach drauf, mach drauf. 2. 1. 0. Kann ich locken lassen. Küsseleiser läuft, Küsseleiser läuft. Ja, mach ich. Der ist 1, der ist 1, der ist 1. Ja, mach ich. Na, oder? Nice. Äh, Mobile-Frau bitte. Ja, nimm direkt Mobile-Messer. Der ist tolle, ja, Bruder. Einfach. Ich hab ihn einmal. Hab den Bau einmal. Ich hab den Bau einmal. Oh, 0. 0. 0. 0. 0. Heads under the sun. Wait for night to fall. Some get what they want. Some they lose it all. There's a change in the wind that's blowing. Hast du es im innen? Ja. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja. 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 Lass mich reinlegen, lass mich reinlegen Ein 13er, oder ein 1er halt, mir egal, irgendein Bauer halt Äh, nur 13 würde ich bezahlen, warte Er checkt nicht, dass wir grad keinen Bogen haben, ne? Er hätte die ganze Zeit vorgestellt Bei 23, 30 hast du ein 13er, ok? Na, das war's Ab Maxim Er war auch low, er hat mich einfach nur 1-Hit genug am Ende Er hat ihn wieder geblieben Er ist verschieden, was ich fände Ja Äh, 13 hast du drin Aber wo ist der drin, bitte? Geht sie? Nein Hä? Hä? Hast du ihn in den normalen Chess gemacht? Hä? Hast du ihn in den normalen Chess gemacht? Nein! Er hat's Maul, ich bin jetzt dran Junge, ich hab keinen Bogen, du musst keinen Bogen geben Er ist sicher, dass du ihn in den EC getan hast? Ja, in unsere Er ist kein Bogen drin Hey, da wurde das schon rausgenommen Ja, von wem? Hey, haben die die EC am OP-Sieg? Sind nicht aufm OP, weil Nein Hey, willst du dich verarschen, den? Ja Ja Hier ist jemand Ja Ja Ja, chill Ich muss ihn auch wieder bauen, die Auskante haben Ja, klar Was ich ihn sehe Brauch ich drauf? Ja, warte Zwei und, zwei und Geil Mach er jetzt, wer muss Hä? Da steht doch schon einer Hat er doch schon aus, oder? Ne Geht's weiter Du brauchst da 5 Stunden am Kastenwochen Ja, ich will auch eigentlich nicht direkt machen, weil da steht einer, der Auskante hat und der Bogen Ey, mach einfach Okay Weil Pascal hält die grad unten zur Zeit auf Der Bogen lege, wo er's raus drauf Ja, die haben keinen grad Denk ich's nicht Nein, ich will nicht so wieder 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 Das eine steht da Aber der wird jetzt weggespuckt Theoretisch Was ich schaffe ein bisschen später runter Ja, das ist draußen Nein Bei mir Nein 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 Ich muss Walking Es kommt zwei unten Nein, Bau, erlernen, wenn ich runter schieße, muss ich sie haben Was? Von wo? Ja, ich sehe ihn nicht Leipzig Ich peh ihn wieder in Faskar Hab ihn Boah, schön Ich schiebe es nicht mehr ab, das Verschweinung von 13 Ein bisschen longi So, ja, da ist er auch so Ein Schuss Wichtung Baseball Wichtung Baseball Über dir Oh, nice Feindschutz zu FK Ja, als ob der A noch überlebt hat Hab noch einen Schuss War das? Der hat doch Wollt er mittlerweile nicht Ja, er ist gekommen Oh Ich gehe nach oben Oh 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 Hey, der hat angefangen zu schreien. Der hat angefangen zu schreien. Ja, der hat angefangen zu schreien. Der hat angefangen zu schreien. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Mein Ego wird durch den Bun auch nicht. Teilweise ist es halt wirklich nicht. Man sollte immer alles machen, wenn du speckst. Wenn wir anders speckst, dann ist es immer falsch. Der hat ja eher noch meine Antwort gestellt. Ich habe es ja nicht mal abgelehnt, ne? Ich habe einfach gesagt, dass Julius ist falsch. Ich habe auch gesagt. Das geht so gut. Das wird einfach Sputierungen zu Ende. Ja, der eine ist jetzt wieder OP weg. Nimm mal alles Assoziierungs. Julius nimmt alles Assoziierungs. Hab ich, hab ich gleich. Oder wer jumped halt zu mir. Ähm, ich würde dann bald meinen 13er reinlegen. Ja, ja. Ihr könntet, ja, ich weiß nicht. Ihr könntet auch theoretisch einfach den Weg unten lassen, ranbauen und... Nein, 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 nein. Ich weiß halt nicht, wie es oben aussieht. Maxime, der kommt hat einen Schuss. Ja, der ist jetzt noch viel weg. Maxi, ich hasse dich. Was dann? Ja, ich musste wieder reden. Bei was, bei was dann? Hast du dich abgelehnt? Achso, ja, ich war... Ja, genau. Hä, ich hab gesagt, warte kurz, ich geh kurz AFK meine Mauer. Achso. Boah. Ganz zufällig genau da weg gewesen. Ja, passt. Der Botti zählt. Kann sein, dass der jetzt so... Eld, die unten sind beide long. Mh... Mh... Aber wir haben jetzt zwei TNT, 25 und 31. Juyus, hast du Eisenschwert? Welchen Minutes ist? Und Stärke auch. 5, 6, 40. Boah. Äh... Weiß nicht. Kannst du mir Eisenschwert und 3-Harnisch kurz rein tun, wenn's geht? Ähm... Ja, ich lebe hier schnell... Aber du müsst Eisenschwert rein, ne? Warum? Um den hier zu Königsteinen. Ja, okay. Muss nicht, muss nicht, behalt. Lieber, der ist eh so weit vorne. Ja, behalt, behalt. Ja, behalt, behalt. Ist eh nix drin. Ne, jetzt hier. Wo? Wo? Woho! Wohoho! Wohoho! Oh ey, boh, nicht gedruckt! Ach nee! Guter boh! Wie ist das unten? Äh, Picco und eh Scheiß dran! Ähhh... Webb drin... Und... Dein Picco ist... Na ja hier! Aber hat das hier... Antispawn schon? All diese Endliche Hrn auf den Twenty fokussieren? Ähm, ja, kann ich machen. Warte, da muss jemand klären, wenn du... Nein, sind sie nicht. Hab ihn. Er hat noch nicht geöffnet. Wir sind nicht auf der vierten, fünften Schicht da mit einbauen. Das klappt, das ist ein Genümschafel. Ja, ich hab gerade wenig. Maxime hat nur zu dir. Sag mir, ich hab die Schaf jetzt im Inf, ne? Ja, ja, beide. Ja, ja, gut. Hast du E-Test dabei? Soll ich rein? Einers liegt auf der zweiten. Achtung, klatschen direkt. Zwei Leute, zwei Leute. Guck mal, wo ist Maxime? Hopp noch mal. Hopp noch mal. Hopp noch mal. Was denn? Oh, oh. Ähm, ja. Alle 60 zugeleeren unter dir. Unter dir. Der braucht der Rez. Ja? Äh, bereit. Ähm, ich bekomme ein bisschen Stress. Lassen, lassen, lassen. Der oben wird vielleicht ein Bau über euch. Mach die erste. Wir haben 25 Shirt Surfer. Ja, mach wirklich weiter. Der steht aber hier, uns hat der Base-Sift fast gehören, ne? Und einer kommt vorne, fast gehören. Einer kommt zurück, einer kommt zurück. Lass auch noch. Block er mit dir. Oh. Ich kann nix machen. Einer kommt 1 Sekunde runter. Der muss einen bauen, ne? Mach einfach schnell. Einfach ganz schnell. Nein, einen weiter vor einen bauen, oder? Egal. Bisschen Schock. MLG hinterher, direkt. Und Summiners. Nice. Zehn Gold, nur, und 26 Eisen. Da war nicht viel drin. Zehn Gold, 26 Eisen, und irgendwie zehn Sex-Bonse. Hä? Ich glaub, das war sogar deren Kompl... Wenn die was haben, dann war's deren Komplettes Gold. Also, die haben... Was haben die denn noch, was Gold? Zweimal Gaze, Death-Down, aber... Keine Ahnung. Du konntest nix machen. Und gleich MLG auch noch. Wenn sie drüber müssen. Ab hin. Echt? Ja. Ja, der eine geht unten durch. Ja, der Baiter wird da wieder offensiv gehen, gell? Versucht sich an der zweiten Schicht das einzubauen. Ja, da geht die Leiter unter dir hoch, Pascal. Jetzt geh schnell auf den Tisch. Ja, ja. Längst du auch einfach ab, wenn du... Bitte, Maxime, ignorier mich jetzt. Ja, komm, nee, komm. Ja, komm, 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 komm. Ja, komm, 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 komm. Erlebt doch. Erlebt doch. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Hast du die Schaffe jetzt wirklich im Impf? Ja. Ihr müsst jetzt... Ja, ich weiß, ich wäre hier nur mit E-Test im Überfall. Hab ihn, hab ihn. Nice down. Noch einer, noch einer. Der ist noch nicht da. Nein, der nicht da. Pascal, geh einfach hoch. Ja, zwei Minuten. Geh über Sidebase, oder? Geh über Sidebase. Ich muss noch zwei Minuten. Du musst dich so beeilen. Mach. Wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Gute Sidebase. Rechts. Hier unter dir. Schön, Liam. Sag, wenn du spammst. Kannst du spamm? Ich bin auf dem Weg. Oh mein Gott, Alter. Swam ist sonst noch oberste, Pascal. 1,30. Ey, bau dich gar nicht ein mit den scharfen Sets, die haben. Swam, die hast du gespammt? Warte, soll ich jetzt den T-Schutz geben? Du musst jetzt machen, schnell. Ja, ich muss den T-Schutz und die Schafe setzen. Wenn du es nicht schaffst, dann re-lock einfach. Ey, ich geh jetzt hier runter, oder? T-Schutz runter. Geh doch mal, Junge. Ja, okay. Nein, nein, Pascal. Was für genug zwei Minuten, dann ist das Bett weg. Okay, setz die einfach und dann spring sofort runter. Die sollen einfach nur irgendwas weg springen. Ey, über dir, über dir, Pascal. Renn einfach durch, bitte. Oh mein Gott, nein. Alle runter. Ja, das ist auf den T-Schutz damit. Du musst irgendwas machen, tu mir leid. Ja. Ja, alle draußen. Ey, warte, die Safe-Chess wird ja weggesprengt. Die Safe-Chess wird ja weggesprengt. Nein. Doch, komm mal. Doch, komm mal. Ja, das ist ja. Du bist auf den T-Schutz auf. Ja. Alle Schafe sind weg. Oh mein Gott, wenn wir müssen checken nicht. Ja, der hat gefordert. Ja, der hat gefordert. Ich hab nochmal extra einen. Stefan an 13er haben. Du musst gleich raus. Und, äh, wir haben Pascal, ihr habt 13er haben. Das Gold ist jetzt gespawnt, ne? Da hast du schon in der FG? Ja. Okay. Aber ihr pusht wirklich vor, rechts und links. Ja? Wo hälst du? Rechts oder links? Ähm, ich gehe rechts. Ich gehe rechts. Dann bleibe ich ermittelt. Ich bleib auch nur 6. Ja, die 13er müssen rechts und links gehen. Am Anfangs werden wir nur. Ja, ich gehe links. Am Anfangs werden wir nur. Ja, warte. Ja, stimmt. Dennis, bleib du ermittelt. Ich bleib am 13er. Ich hab keine 3er. Prost. Okay. Spaß. Wow. Ey, Ole wirft immer ne EP, ne? Pass, pass, pass. Dennis bringt auch. Ja. Pass auf. Pass auf. Ihr müsst irgendwie oben. Einer war erst rechts für mich. Pass auf, wenn ihr hier jumpt. Ihr könnt einfach überdessen. Ey, ich achte auf Maxine. Ich achte auf Maxine. Ich hab die anderen. Achtung, der kommt. Pass auf. Der Größteleiser ist so offensiv, ne? Der Größteleiser ist so offensiv, ne? Der hat zwei... Siem noch hält's noch. Ich wollte die zwei vorne pushen und die andere nicht mehr. Die Porten, ne? Einer potentiert von dem. Ich achte nur auf Maxine. Die auf die vorderen. Ich achte auch Maxine. Ich achte auch Maxine. Ich achte auch Maxine. Hier auf die vorderen. Dann sagen wir ja nicht viele Kills in der Runde gemacht. Schach Maxine. Tim und Marvin. Bald zwei, oder? Ja. Ich hab mal den Standard checkt. Ah, ich will chillen.